Hey Leute und herzlich willkommen zurück zum maschinellen Lernen. Heute geht es um die Separation, das Große und Ganze sozusagen. Wir wollen diese drei Fälle hier verbinden zu einem Großen. Das könnt ihr dann nachher auf einen beliebig großen Graphen übertragen. Das heißt, ihr könnt rausfinden, ob zwei Variablen bedingt unabhängig sind. Das heißt, ihr habt ganz schnell rausgefunden p von x y ist gleich p von x gegeben hier auch, gegeben den Beobachteten und p von x gegeben den Beobachteten mal p von y gegeben den Beobachteten. Das könnt ihr jetzt gerade nicht alles lesen. So, das heißt, ihr habt möglichst als Ziel, die beiden als unabhängig voneinander, als bedingt unabhängig voneinander festzulegen, denn dann habt ihr eine relativ schnelle, leichte Formel, dass ihr die beiden Dinger zusammen habt. Also, dass beide gegeben sind. Okay, wir haben hier die beiden ersten Fälle gehabt, das waren die hier. Da war es jeweils so, wenn wir z beobachtet hatten, dann war x und y unabhängig voneinander, also bedingt unabhängig, sobald wir z eben beobachten konnten. Hier war es genau andersrum. Hier hatten wir, sobald z beobachtet wurde, waren x und y nicht mehr bedingt unabhängig voneinander. Das heißt, die waren abhängig. Okay, schauen wir uns das Ganze mal an diesem Graphen an. Wir können jetzt ein Pfad von x nach y finden. Ein Pfad ist nicht unbedingt entlang dieser Pfeile, sondern auch in die andere Richtung mal möglich. Das heißt, ein Pfad von x nach y wäre von diesem Punkt x hier, hier runter auf den, dann auf den, dann wieder hoch und dann hier rüber. Wir haben in diesem Fall nur eine Möglichkeit. Es kann aber durchaus auch Fälle geben, wo ihr, keine Ahnung, 100 Möglichkeiten habt, auf einen anderen Knoten zu kommen. Aber ihr könnt nur die Kanten entlang gehen, wo auch wirklich eine Kante ist, egal in welche Richtung sie zeigt. Okay, soviel dazu. Jetzt ist es so, wir nehmen uns immer zum Beispiel diese drei hier oder wir nehmen uns diese drei hier. Und dann schauen wir nach, haben wir einen Fall von einem von diesen drei Fällen hier? Ja, haben wir. Hier drüben haben wir Fall 2. Fall 2 besagt, sobald diese Variable beobachtet ist, ist dieser Graph blockiert. Blockiert. Das heißt, der Pfad, nicht der Graph, der Pfad ist blockiert. Okay, also nehmen wir mal an, das hier liefert mir das. Dann habe ich, also ich kann diese Variable in der Mitte beobachten. Dann ist dieser Pfad blockiert. Und wenn alle Pfade blockiert sind, von x nach y, dann sind x und y unabhängig gegeben den Variablen, die ich tatsächlich beobachten konnte. Also in dem Fall meine andersfarbigen einfach. Okay, sobald ein Pfad, also blockiert, oder sobald alle Pfade blockiert ist, habe ich also mein Ziel erreicht. In dem Fall, das hier beobachten und x und y sind bedingt unabhängig. Easy, weil ihr erinnert euch an Fall 2. Okay, wir haben hier aber noch mehr. Es reicht auch, wenn hier, das wäre jetzt Fall 3, also bei Fall 1 und bei Fall 2, also bei den beiden ist es immer so, wenn ihr so einen Fall habt und z beobachten könnt, dann ist dieser Pfad hier von x nach z nach y, beziehungsweise hier von x nach z nach y, dann ist dieser Pfad blockiert. Okay, also sobald ihr z beobachten könnt. Bei Fall 3 ist es ein bisschen anders. Hier haben wir einen Pfad blockiert, sobald wir eben z nicht beobachten und der Nachfolger von z auch nicht beobachtet werden kann. Das heißt, in dem Fall darf ich diesen Knoten hier nicht beobachten und diesen Knoten hier darf ich auch nicht beobachten. Dann ist dieser Pfad hier, also wenn die jetzt nicht beobachtet sind, dann ist der Pfad y oder egal in welche Richtung y hier runter, hier her, der ist dann blockiert. Hier habe ich natürlich auch noch Fall 1, das heißt, wenn ich diese Variable hier beobachte, dann ist es auch blockiert. Das heißt, es funktioniert in zwei Richtungen. Egal, ob ich das hier jetzt habe oder nicht habe, es ist auf jeden Fall blockiert, solange ich das hier nicht habe. Okay, und hier unten haben wir auch nochmal Fall 3. Das heißt, sobald ich diese Variable hier nicht beobachte, ist auch der komplette Pfad hier schon blockiert. Also habe ich quasi vier Möglichkeiten, dass mein Pfad von x nach y hier rüber blockiert ist und vier Möglichkeiten somit, dass einfach alle Pfade blockiert sind, weil ich habe ja nur diesen einen Pfad. Und somit vier Möglichkeiten, dass x und y unabhängig voneinander sind. Gut, soviel zur De-Separation. Was bringt mir das Ganze jetzt? Naja, wie gesagt, erstens mal kann ich meine Formel viel, viel kompakter gestalten und zweitens kann ich hier noch mehr machen. Ich kann nämlich jetzt meine Graphen in Untergraphen einteilen. Das heißt, ich kann das hier als Graph betrachten, ich kann das hier als Graph betrachten und so weiter und so fort. Ich kann vor allem die sogenannten Markov-Blankets bilden. Markov-Blankets sind die Eltern, also erstmal der Knoten selber, zum Beispiel nehmen wir den hier, dann die Eltern von diesem Knoten, das hier, die Kinder von dem Knoten, also der hier und die jeweiligen Eltern der Kinder von diesem, die jeweiligen Eltern der Kinder, also der hier noch. Das heißt, das Markov-Blanket von diesem Knoten hier drüben, ich mache ihn jetzt gerade mal andersfarbig, wäre das hier, das hier, das hier und das hier. So, und mit Hilfe dieser Markov-Blankets, wenn ich jetzt irgendwie mir was angucken möchte, dann brauche ich nur die Markov-Blanket angucken, dann habe ich schon eigentlich alle Informationen, die ich hier irgendwie brauche. So, ja, also das spart mir vielleicht auch ein bisschen Rechenzeit. Okay, nächstes Mal geht es dann um die Inferenz in den Bias-Netzen, die wir jetzt die ganze Zeit behandelt haben. Das heißt, wie kann ich mir die Wahrscheinlichkeit p von x zum Beispiel ausrechnen und das geht durchaus schneller, wenn wir das Ganze so machen. Okay, das war es für heute mal wieder und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.